Ja, wir sind heute in der Hausmesse beim EWAG Fraßstanz, beim Fachmarkt. Die Hausmesse haben wir einmal im Jahr und zwar jedes Mal im Juni. Das ist eine richtige Tradition geworden, also der Wartenkunde ist immer, weil hier haben wir wirklich gute Schnäppchen, Aktionen über alle Produktgruppen. Heuer steht natürlich ganz klar die Fußball-EM im Mittelpunkt und da haben wir super Aktionen für den Fernseher und natürlich auch den Sound dazu. Aber wie gesagt nochmal, die neuesten Trends sieht man hier, jeweils bei der Hausmesse. Aktionen, 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 Aktionen. Wichtig ist uns natürlich nicht nur, was wir einen sehr, sehr guten Preis haben für den Kunden, sondern natürlich auch der Service. Bei uns muss kein Kunde, wenn er das nicht möchte, den Fernseher selber nach Hause nehmen. Die Fernsehwehren sind mittlerweile umfangreich, werden mit dem Internet verbunden. Das erledigen wir gerne für den Kunden. Solltet ihr mal irgendetwas sehen, egal was für ein Gerät, unser Service macht einen Unterschied. Wir sind für den Kunden da.